Mein Name ist Denisa Loredana. Ich bin mystische Künstlerin. Ich empfange für dich Segen. Als Mystikerin habe ich mich schon viele Jahre mit der Magie der Worte, Farben und unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten beschäftigt. Für mich liegen Magie und Kreativität ganz nah beieinander. Sie bedingen sich. Sie unterstützen sich. Sie sind für mich ein und dasselbe. In all meinen schöpferischen Prozessen bin ich zutiefst verbunden mit der Quelle. Aus diesem Zustand heraus lausche ich dem Feld. Die Segen erfüllen meinen Raum und über die Bilder, Farben und Worte können sie auch deinen Raum erfüllen. Sie bringen eine heilige, heilsame Schwingung mit sich. Sie verankern in dir einen Fokus auf das, was sie zutiefst ausdrücken. So helfen und unterstützen sie dich, deine Wünsche in deinem Leben umzusetzen. Die einzelnen Wörter werden sorgfältig in eine stimmige Form gesetzt. Anschließend schneide ich präzise eine Vorlage für den Segen. Buchstabe für Buchstabe. Dieser Prozess erfordert hohe Konzentration und Hingabe. Ich erlebe es fast als einen thronsartigen Zustand, bei dem die Energie für die Segen noch mal verstärkt auf die Unterlage übertragen wird. Ich bin ganz und gar verbunden mit der Schwingung der Wortmagie und bin sozusagen die Brücke, eine Art Übersetzerin oder Übermittlerin. Durch mich wird die Frequenz des Segens in das Bild verankert. Ich achte sorgfältig auf jedes Detail, bis es ganz und gar stimmig schwingt. Ein Segen trägt immer etwas sehr Magisches, Göttliches in sich. Du kannst diesen an deinem Lieblingsplatz aufstellen, gerne auch an einem Ort in deiner Wohnung oder an deinem Arbeitsplatz. Du wirst spüren, wie sich hier der Raum verändert und du in deinem Vorhaben bestärkt bist. Ich freue mich, wenn du dem Ruf deines Segens lauscht.